Der Mannschaft und der Trainer weiß ich schon viel, weil die haben Bundesliga gespielt und eine Super-Saison abgeliefert. Da hat jeder Spieler, jeder Verein gemerkt, wie es hier in Darmstadt ist, wie schwierig hier zu spielen ist. Es sind alle nette Jungs und da mache ich mir keine Sorgen. Da gehe ich von da aus, dass in zwei, drei Tagen, das ist wie zwei, drei Jahre, da werde ich hier werden. Ich bin kein Messi, der kann um zehn Spiele umgehen und alle dribbeln und sieben Tore machen. Ich bin ein Kämpfer, der immer bis zur letzten Sekunde kämpft und gibt alles für seine Mannschaft. So wird es sein. Der Weg, bis wir unsere Ziele erreicht haben, wird bestimmt schwierig, aber ich bin total überzeugt, dass wir das gemeinsam schaffen können und das werden wir auch schaffen. Ich freue mich total, dass ich hier bin und ich werde alles geben, damit wir unsere Ziele erreichen. Deswegen muss ich von heute schon ganz gerne geben. Also... Vielleicht wissen wir uns so... vielleicht doin fark von heute und ich wende jugend das hoch. Vielleicht haben wir keinen Show. – Sailham-Ware bedacht laus Choi – Negative mit her – aber